Dieser Clip stellt die kernbezogenen Referenzlinien dar, die für die einfachen Wände verwendet werden. Einfache Wände haben nur drei Optionen für die Platzierung der Referenzlinie, denn im Unterschied zu mehrschichtigen Wänden haben sie keinen Kern. Diese Optionen sind Außen, Mitte und Innen. Der Versatz der Referenzlinie funktioniert mit dieser Methode auf die folgende Weise. Wenn die Referenzlinie entweder auf der Außenseite oder auf der Innenseite der Wand ist und sie einen positiven Versatzwert angeben, wird sich die Referenzlinie in die Richtung der Wandmitte bewegen. Rufen Sie das Modellteilfenster des Wandeinstellungsdialogs auf. Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung aktualisiert wurde, um die vorhin beschriebenen Verbesserungen wiederzugeben. In den vorigen Versionen von Archicad wurde die Seite der Referenzlinie hier angezeigt, jetzt heißt es Oberflächenmaterial außen. Die Seite, die früher gegenüber der Referenzlinie hieß, wird jetzt Oberflächenmaterial innen genannt. Das ist eine wichtige Änderung, denn Oberflächenmaterialien sind jetzt der Außenseite bzw. Innenseite der Wand angeschlossen. Sie sind nicht mehr der Referenzlinie an der Seite der Wand oder gegenüber der Referenzlinie angeschlossen. Hier können Sie zum Beispiel sehen, dass die Außenseite der Wand blau ist. Ändern Sie nun die Platzierung der Referenzlinie zur Innenseite der Wand. Diese Änderung betrifft die Farbe der Wandoberfläche nicht. Die Außenseite der Wand bleibt blau. Die Farbe der Innenseite der Wand, wo jetzt die Referenzlinie platziert ist, wird nicht blau. bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Sachin-Bsteier